So, herzlich willkommen Leute, heute werde ich mal die ganzen Kritiker von diesem Video hier zerlegen in ihre Einzelteile und zwar mache ich das komplett random, also komplett unvorbereitet, nicht komplett unvorbereitet, ich habe hier so ein, zwei Sachen oben offen, die ich euch gleich zeigen werde, weil das halt wichtig für dieses Video ist, aber ich werde die Kommentare gleich neu laden, nach neu sortieren und dann die ganzen neuen Kommentare, auf die werde ich eingehen. Ich habe das Video hier geguckt und es ist einfach nur unglaublich gut, wie er hier, also der geht hier auf diese Kritik ein, dass er seine Katze vegan ernährt, vor allem diesen Punkt möchte ich hier behandeln und ich weiß, dass er dafür damals übelst angegriffen wurde, komplett zu Unrecht natürlich und er wurde angegriffen, wenn wir uns die psychologische Seite davon ansehen, also mir fällt nur ein einziger Grund ein, warum jemand ihn dafür angreifen würde und der ist, dass Menschen sich halt auf einer Tierquäler-Ebene befinden, Tierquäler- und Tierschänderebene, auf der sie sich alle stellen und alle wissen, dass sie das sind, also die ganzen Nicht-Veganer, die bewusst sind, was sie dort tun und der einzige Grund, warum sie jemanden angreifen würden, der seine Katze vegan ernährt, ist, weil sie wissen, diese Person ist moralisch ein besserer Mensch, steht über ihnen, so moralisch und deswegen müssen sie den runterziehen Das ist die einzige Erklärung, die mir dafür einfällt Alles andere ergibt für mich keinen Sinn, weil du musst verstehen, diese Person, die jemanden kritisiert, der seine Katze vegan ernährt, aber selbst ein Blutbad anrichtet, jeden Tag, jeden zweiten Tag, einmal die Woche Geld dafür bezahlt, dass Kühen der Kopf abgeschnitten wird dass Schweine in die Gaskammer getreten werden, aber sich darüber beschwert, über fremde Katzen und wie sie ernährt werden Also natürlich Heuchlerei bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und ganz genau aus diesem Grund ist die einzige logische Antwort darauf, die mir einfällt, warum jemand das machen würde, um einen runterzuziehen Man will sagen, die Welt ist voller schlechter Menschen, man will einfach sagen, okay, ich bin ein schlechter Mensch, aha, da ist jemand ein besserer Mensch und ich versuche den jetzt auf meine Ebene runterzuziehen Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, ist, warum man das tun würde Warum würde man das tun? Warum würde man jemanden, der besser ist, runterziehen wollen? Warum würde man das tun? Also in meiner Welt, ich habe da eine komplett andere Ansicht, ist, dass wenn jemand über mir steht, ein besserer Mensch ist als ich, also noch mehr Besseres macht als ich Dann sage ich, oh, du bist ja besser als ich, zum Beispiel irgendwelche Leute, die nicht nur vegan sind und sich halt an diesem größten Massaker auf diesem Planeten nicht beteiligen, sondern auch irgendwelche Mönche, die zum Beispiel mit einem Besen spazieren gehen Also die wedeln die ganzen Insekten vor sich weg, alright, und sind somit verursacht und somit noch weniger Leid und sind bessere Menschen als ich Ja, dann sage ich ja, ihr seid bessere Menschen, das ist ja super gut, ihr seid ja, macht weiter so Besser heißt ja, das ist doch, wenn jemand besser ist, ist das doch besser für alle Also wie kann man etwas dagegen haben, wenn jemand besser ist als man selbst? Was? Wie ergibt das irgendeinen Sinn? Und deswegen habe ich hier mal so ein Video gemacht, komplett andere Ansichten, auf so eine Idee kommt man vielleicht gar nicht Aber ja, ich habe mich mal irgendwann vor die weiße Wand gesetzt, habe mal nachgedacht, was das bedeutet, wenn man irgendwie versucht Irgendwie Menschen runterzuziehen oder wenn Menschen besser sind, dass man denen das missgönnt oder irgendein Neid da ist oder sowas Ergibt das Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, dann könnte man auf den Trichter, hey, warte mal Das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn Natürlich, sobald jemand besser ist, muss man ihm zujubeln und applaudieren, weil der ja besser ist Why würde man den versuchen runterzuziehen? Okay, und auf jeden Fall, also das ist psychologisch betrachtet meine Antwort darauf, warum jemand mit Du ernährst deine Katze und das ist Tierquälerei, du ernährst deine Katze vegan und das ist Tierquälerei, warum jemand damit ankommen würde Also was ist seine Absicht, warum würde er sowas tun? Warum würde man sowas jemandem vorwerfen? Wahrscheinlich um ihn runterzuziehen auf deine Ebene, weil du bist ein Tierquäler und du willst auch, dass der Veganer auch ein Tierquäler ist Du willst ihn als Tierquäler abstempeln und da kommt einem sehr gelegen, wenn ein Veganer sagt, er ernährt seine Katze vegan Das passt sehr, sehr gut Mir fällt überhaupt nichts Besseres ein, es gibt ja allerlei Punkte, die die Menschen anbringen, um Veganer runterzuziehen Du ernährst deinen Hund vegan, was ist mit deinem Handy, da sind Tierprodukte drin, Cholesterin im Bildschirm Beim Autofahren, du fährst Auto, du tötest ja auch Tiere Alles Punkte, die man sich ausdenkt, um Veganer runterzuziehen auf seine Ebene Das ist die Psychologie dahinter Ansonsten würde man jemandem sowas nicht vorwerfen, sondern einfach nur eine Frage stellen Aber auch die ergibt keinen Sinn, warum man jetzt zum Beispiel Auto fährt oder sowas Was ist die Rechtfertigung dafür? Naja, die Rechtfertigung ist dieselbe wie bei dir Und das ist der ganze Punkt Von daher, das ist so ein kleiner psychologischer Aspekt Und genau, wir werden hier Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, es kommen so viele neue Kommentare dazu, wie es geht Die ich noch nicht kenne, also die letzten Kommentare, die ich gelesen habe, die sind Stunden her Also wir werden auf keinen einzigen Kommentar davon wahrscheinlich eingehen, sondern ich werde auf die allerneuesten, die jetzt reinkommen, antworten und die widerlegen Aber ich habe halt gesehen, was für eine Art von Kommentare unter dem Video geschrieben wird Und dieses Bild ist auch super gut Der blendet dann auch die zweite Katze ein, genau Ich hatte eher so das Schwein genommen, das hier Das Bild hier hin und dann durchgestrichen Hier gab es auch ganz kurz so eine Stelle, genau Oder so einfach Dass natürlich jemand ernährt seine Katze durch Tierqualprodukte Lässt Schlachthäuser dafür bauen, dass Tiere andere Tiere fressen Und sieht den Fehler dabei nicht Und sagt, jemand der vegan ist, ernährst seine Katze Vegan und das ist Tierquälerei Aber wenn man die Katze nicht vegan ernährt Schickst du Tiere ins Schlachthaus Also begehst die größte Tierquälerei, die man nur begehen kann Und sagst, das ist keine Tierquälerei, das hier Aber das ist Tierquälerei Das ist so wirklich Quatsch-Comedy-Club Kann sich keiner ausdenken, wie sowas jemand sagen kann Weil da sind so viele Probleme im Kopf dieser Menschen Die die begehen Und das ist der lustigste von allen Dieses, das ist Tierquälerei Aber das hier nicht Das ist keine Tierquälerei Um Gottes Willen Und auf jeden Fall Er hat hier auch dieser Wie heißt der Ah ja, zu diesem Punkt komme ich auch gleich noch Und hier hat dieser Holger dann Und noch irgendjemand Haben halt gesagt, wie das Tierquälerei ist Und dieser Holger von MassengeschmackTV Auf den habe ich ja schon mal reagiert Der hat ja mal kläglich versucht Die militante Veganerin zu widerlegen Und ich habe live darauf reagiert Und habe ihn halt komplett an die Wand argumentiert Und ja, dann kam halt nicht viel von dem Also absolutes Level Null Standard Omni Komplett unfähig Logik zu folgen Was war da, was waren seine Rechtfertigungen Halt Rambling Mit falschen Prämissen gearbeitet Strohmänner angegriffen An sowas kann ich mich erinnern Bei Holger Dass ich natürlich auch niemals eine Debatte Gegen mich stellen würde Und diese andere Person natürlich auch nicht Aber ja, das was wichtig ist bei diesem Thema Ist auch dieser Punkt Das machen halt Veganer oft leider Dass sie, wenn sie angegriffen werden Dass sie einfach das als Face Value nehmen Also jemand greift dich an und sagt Tier, du quälst deine Katze Und dann fängt man sich an irgendwie zu verteidigen Ja, aber ich mache das so Und das wird schon passen Dass du diesen Angriff überhaupt Dass du das, was dir entgegengebracht wird Dass du das überhaupt annimmst Weil jemand, der ankommt und sagt Du betreibst Tierquälerei Der macht ja einen positive Claim Der macht ja einen Claim, oder? Diesen Claim, also Wenn er diesen Claim vorbringt Dann liegt BOP vor, right? Also er hat den Burden of Proof Jawohl, er hat den Burden of Proof Dass Katzen vegan ernähren Tierquälerei ist Versteht ihr? Er hat den Burden of Proof Du kannst nicht einfach hingehen und sagen Ja, es ist Tierquälerei Ja, das ist ja eine Hier geht es ja um Evidenz dann Sobald du diesen Claim machst Oder hast du dir das beim Schlafen ausgedacht? Ja, höchstwahrscheinlich hast du es Höchstwahrscheinlich haben die Menschen Sich das einfach ausgedacht so Eine Katze isst normalerweise Fleisch Und wenn eine Katze kein Fleisch isst Tierquälerei Das hast du ja ausgedacht Und man sollte, wenn man guter Debater ist Ganz genau hinhören Was die Person dir entgegenbringt Er sagte, du begehst Tierquälerei Dann liegt BOP vor Also muss er beweisen, dass Tierquälerei vorliegt Ja, well Hast du Beweise dafür? Du hast Beweise dafür Du hast ganze Studien vorweisen Die zeigen, wenn man Katzen Nur Pflanzen füttert Dann jaulen die ganz laut Und laufen irgendwie gegen die Wand Und Blut spritzt aus ihrem Mund Die leiden Man kann das sehen Das ist Evidenz Und diese Evidenz hat natürlich niemand Wir haben in der Wissenschaft Das Einzige, was wir in der Wissenschaft haben Sind Cross-Sectional Studies Das ist die höchste Evidenz, die wir haben Also nehmen wir ganz genau das natürlich als Evident an So und genau Dann hier kam ganz genau dieser Punkt Hier im Video Wo hier dieses So ein Mädel Darauf reagiert hat Und dann erzählt hat Dass das hier Keine Studie ist Die höchste Evidenz, die wir haben Zu diesem Thema Also dass das hier keine Studie ist Und da siehst du natürlich auch wieder Die Person hat keine Ahnung, wovon sie redet Sie hat noch nie in ihrem Leben eine Studie gelesen Die Person, dieses Mädel da Das weiß nicht mal, was eine Studie ist Das weiß nicht, was eine Studie ist Und hat noch nie eine Studie gelesen Aber sagt Dass das hier keine Studie ist Weil der erste übelst peinliche Punkt Daran ist natürlich Also Ich glaube, ich war die erste Person Die zu dieser Studie Ein Video gemacht hat Wahrscheinlich haben die das auch alle von mir Und dann lesen wir mal die Überschrift Also das ist schon mal die übelst peinliche Nummer Das heißt, dieses Mädel hat nicht mal den Titel der Studie gelesen Und natürlich handelt es sich hier um eine Cross-Sectional Study Eine Studie ist erstmal nichts anderes als eine Datenerhebung Wenn man sammelt Daten und erhebt diese Daten Und sagt, was diese Daten herausgefunden haben Das ist erstmal eine Studie Von daher ist das natürlich eine Studie Und zwar, wie man dort sehen kann, eine Cross-Sectional Study Was eine Cross-Sectional Study Das ist eine Studie, die bestimmte Daten sammelt Zu einem bestimmten Zeitpunkt Also viel verschiedene Daten Von hier jetzt von Katzenbesitzern Und die sammelt die zu einem Zeitpunkt Erhebt die diese Daten Sammelt diese Daten Und wertet die dann aus Zu einem Zeitpunkt Das heißt Cross-Sectional Study So, ja, genau Und die sagt, das ist keine Studie Auch natürlich, dass Mädel gern zu einer Debatte antreten Wo wir erstmal auf Empirie eingehen werden Und danach du Tiermord rechtfertigen wirst Oder den Versuch machen wirst Tatsächlich das Abmurksen von Tieren zu verteidigen Und dann weiß jeder natürlich, wie das ausgehen wird Aber, ja, genau Und das war dann dieser Punkt Ist keine Studie Um Gottes Willen Ja, und genau Oh, hier sind wir wieder bei diesem besten Bild Genau, und, ja, wir wissen alle Ich habe ja, ich werde hier meine Videos verlinken Zu veganer Katzenernährung Ich habe schon mal gesagt Es gibt einen logischen Fehlschluss Um den es die ganze Zeit geht Jede Person, die dagegen argumentiert Dass man Katzen nicht vegan ernähren sollte Begeht einen logischen Fehlschluss Dieser logische Fehlschluss heißt Das ist der Nummer 1 Logikfehler Bei Omnis überhaupt Und das ist der naturalistische Fehlschluss Das, was ihr immer lest Bei diesem Katzenthema Immer ist das Wort Natur Das ist der größte Logikfehler Den es überhaupt, glaube ich, auf der Welt gibt Weil, ich weiß gar nicht Ob man den Menschen das vorwerfen kann Dass sie diesen Logikfehler begehen Weil die haben es einfach nicht anders gelernt Also, jeder Mensch hat gelernt Jeder Mensch hat Bambi geguckt Und irgendwelche Diese ganzen Filme Diese ganzen Oh, diese schöne Natur Und diese schönen Tiere Und wir haben unser ganzes Leben Nur gelernt Dass die Natur schön ist Und gut ist Und ganz genau deswegen Argumentieren alle Leute Aus dieser Position heraus Und ja Sobald die natürlich Gegen jemanden antreten Der sich ein bisschen damit auskennt Und schon lange erkannt hat Hat das es eher genau Das Gegenteil ist Aber ich will da nicht Zu tief einsteigen Dass die Natur natürlich Übelst grausam ist Bis zum Gehtnichtmehr Die Natur ist die größte Killermaschine Die es überhaupt gibt Für auch alle Veganer Auch ganz schockierend Immer Habe ich schon so einige Leute Wachgerüttelt Und denen die Frischluftwatsche Gegeben Die argumentiert haben Auch von der Natur Immer von der guten Natur Und ich da mal Kann ich auch hier mal wieder machen Die paar Videos verlinkt habe Von der echten Natur So was dir niemand erzählt Was du noch nie gesehen hast Schon mal vielleicht Nebenbei kurz in der Doku Aber wenn du dir das einmal Ungeschnitten so anguckst Was in der Natur passiert Das Grausamste Was man sich vorstellen kann Und es gibt einen ganzen Begriff Für diesen Unfall Für diesen Ich kann es nur als Unfall bezeichnen Den nennt man Romantic View of Nature Dass du die Natur romantisierst Wie toll und gut die ist In Wirklichkeit Das ist eine absolute Killermaschine Die Natur Und für alle Veganer Auch dann Kommt die Frischluft watschen Mit dem Punkt Dass ich sage da Ich sage Lose angenommen Dass die Rechtsverletzungen Die die Menschen an den Tieren begehen An 80 Milliarden Landtieren 2,4 Billionen Fische Die Rechtsverletzungen Die macht die Natur In einer Sekunde Von daher Dass man so ein bisschen mal Sieht Wo das wirkliche Problem liegt Und das liegt tatsächlich Nicht bei Menschen Sondern die Natur ist das Problem Das ganze Themenfeld heißt Wild Animal Suffering Aber ich will Ich irgendwie Labere ich gerade Viel zu weit weg hier Bleiben wir beim Punkt Der naturalistische Fehlschluss Das was in der Natur passiert Das ist nicht richtig Aus dem kannst du nicht ziehen Dass etwas richtig ist Hier habe ich das mit dem Darm erklärt Mit den Zähnen erklärt Genau hier kann ich auch noch mal Ein Bild raussuchen Hier habe ich auch mal Zum Beispiel ein Bild Auch um noch mal Die Leute auf eine andere Art und Weise Zu widerlegen Ist zum Beispiel Die kommen bei Katzen an Ja du siehst an den Zähnen Der Katze Dass sie Karnivore sind Dass sie Fleisch brauchen Muss schon wieder Sagen die Brauchen Was meinst du mit Brauchen Unter welcher Modalität Unter der biologischen Modalität Ja dann hast du BOP Schon wieder vorliegen Muss es beweisen Aber hier zum Beispiel Das Wasserreh Hier mit den Mit den Zähnen Das sind drei herbivore Tiere Und genau Was machst du da dann An diesem Punkt Fällt man dann schon auseinander Da musst du schon mal Zugeben Dass okay Ich komme nie wieder Mit Zähnen an Weil dieses Argument Wurde widerlegt Und das ist ein naturalistischer Fehlschluss zu sagen Ich sehe an den Zähnen Was die essen sollen Weil du sagst Die die lange Zähne haben Die essen Fleisch Aber die Frage ist nicht Ist nicht deskriptiv Also ob die Fleisch essen Sondern normativ Ob die Fleisch essen sollten Und aus dem Wie die Zähne sind Folgt keine Richtigkeit Genauso wie Darmlänge Oder sowas Genau bin ich hier Auf den ganzen Punkt eingegangen Die Darmlänge Die haben so einen Darm Der für Fleisch ausgelegt ist Und aus der Darmlänge Folgt Richtigkeit Moralische Richtigkeit Was ist das für ein Blödsinn Soll eine Katze Menschenbabys essen Wenn die Menschenbabys Essen könnte Machen wir irgendein Hypothetisches Szenario Wo die Katze nach draußen geht Und dort auch Menschenbabys Rumkrabbeln Und die die aufessen kann Wärst du dann dafür Oder würdest du sagen Nein Die darf das nicht essen Obwohl es Menschen sind Und das aus Fleisch besteht Und dann würde man sich Wahrscheinlich irgendwelche Gesetze ausdenken Die dann zu der Zu dem Appeal to Law Fallacy führen würden Und so weiter Also Hier aber nur kurz mal Angeschnitten Wer das wirklich verstehen will Der guckt dieses Video von mir Ich versuche es nicht zu vergessen Unten zu verlinken Ich versuche Ich vergesse es so oft Und auf jeden Fall Ja werde ich hier Auf diese Ganzen Punkte eingehen So wir aktualisieren Einmal das Video Um die neuesten Kommentare reinzukriegen Und genau Und ich gehe auf diese Kommentare Die wirklich Sehr sehr wehtun 1334 Kommentare Und da Wuseln sich die ganzen Leute Die Den naturalistischen Fehlschluss Mit einem Löffel Gefressen haben Leider Aber ich weiß nicht Ob man es ihnen vorwerfen kann Das ist einfach der Punkt Weil Man hat es nicht anders gelernt Man sagt wirklich Natur Ihr werdet gleich Natur Lesen Hier in den Kommentaren Kann ich euch garantieren Also Es sei denn wirklich Wir finden hier jetzt Irgendeine Anomalie Aber normalerweise Also ich habe jetzt Nicht Kommentare Gelesen schon Mit Natur Immer diese Natur Denkt immer Natur ist entweder Naturalistischer Fehlschluss Oder Appeal to Nature Fallacy Immer diese zwei Irgendeiner von diesen zwei Ist es immer Von daher Genau Aus der Natur Folgt nichts Folgt keine Richtigkeit Ich habe hier das auch Ich glaube das Beste Genau Kastfressen Tiere Genau hier Das Menschenvergewaltigen Menschenvergewaltigen Ist Natur Ist es deswegen richtig? Nein Also kannst du schon mal Nicht damit argumentieren Mit Natur Aus Natur Folgt keine Richtigkeit Morden ist natürlich Ist Morden deswegen richtig? Nein Oh Schon bricht ein ganzes Moralsystem zusammen Weil aus Natur Keine Richtigkeit folgt Daher auch Nummer eins Omni-Logikfehler Weil die diesen Diesen Logikfehler Die machen die in allen Bereichen In komplett allen Bereichen Machen die den Also damit versuchen die Ständig ihr Ihr Leichengefresse Zu rechtfertigen Und verstehen Nicht Dass die die ganze Zeit einen Logikfehler begehen Dann kommen die mit Aber der Löwe Ist Fleisch Genau Der Löwe vergewaltigt Darfst du deswegen Vergewaltigen? Nein Darf man nicht Ach so Also darf man nicht Das machen Was der Löwe macht Und schon wieder Widerlegt Und so stolpert Der von einer Von einem Widerspruch In den anderen rein Und ja So läuft das immer ab Hier unten natürlich Auch meine Playlist Zu meinen Debatten Wer das mal sehen möchte Ich führe immer Live Debatten Von daher Das ist mein Spezialgebiet Dann ist hier Der neueste Kommentar Von neun Minuten Okay Um Gottes Willen What the Okay Ich werde hier Auf jeden Fall Jetzt werden auch Ein paar Schnitte Vorkommen Weil ich werde scrollen Und gucken Wo Kommentare sind Auf die ich eingehen kann Aber Ich werde System Ich werde keinen Kommentar überspringen Das ist ganz wichtig Also wenn ihr selbst Dann überprüft Ob wo ich hier Ab ihr zum Beispiel Angefangen habt Und ihr scrollt Und da war irgendein Kommentar Auf den ich extra Nicht eingegangen bin Dann sagt Bescheid Aber auf alle Punkte Die Veganismus betreffen Werde ich hier eingehen Okay Fangen wir hier mal an Anscheinend geht es hier Um Veganismus Lieber Feros Bitte Lies das Hab mir viel Mühe gegeben Veganismus ist offensichtlich Eine Agenda Die überall gepusht wird Erstmal Abseits Heglicher Bewertungen Macht mich allein Das Schon skeptisch Okay Darf dich skeptisch machen Aber Daraus folgt nicht Dass es falsch ist Right Ist ein non sequitur Muss aber erstmal Nichts heißen Genau Sehr gut Ich finde die Erfahrung Ich finde die Erfahrung Lehrt Dass man sich heute Nicht auf Studien Und Experten Verlassen kann Selbst bei Messwerten Wenn du dich Nicht auf Studien Und Experten Verlassen kannst Also sprich dir Vom Vom Katzen Thema Dann musst du dich Auf Studien Und Messwerte Verlassen Ansonsten Ja hast du Ja einfach nur Etwas erfunden Genauso kann ich Erfinden Wenn du nach draußen Gehst Dann fügst du Dem Boten Leid zu Ich kann einfach Irgendwas erfinden Findest du Man braucht Empirie dafür Um seine Aussage Zu falsifizieren Dann denkst du Man kann sich einfach Irgendwas ausdenken Das ist Tierquälerei Bei der Katze Wo ist der Burden of Proof Für die Aussage Das ist eine Evidenzaussage Wo rührt ihr her Zeig deine Evidenz Ich will die Blutspuckenden Katzen Sehen Und wie wir Wissen aus der Höchsten Evidenz Die wir haben Die gesündesten Katzen sind Vegan ernährte Katzen Weil die Die besten Health Outcomes Haben Lull Okay Supplementierung Sehe ich Sehr kritisch Okay Hier Kommt schon Hier Sehen wir schon Die Appeal to Nature Fallacy Wahrscheinlich Supplemente Sind unnatürlich Daher sind sie Schlecht Logischer Fehlschluss Wir haben den Menschlichen Körper Und Katzen Wir haben den Menschlichen Körper Und Katzen Noch längst Nicht ganz verstanden Und entdecken Sogar Dass es immer Komplexer ist Als angenommen Spätestens nach Corona Müssen wir wissen Dass Studien kaum Irgendwas beweisen Um Gottes Willen Schon gar nicht Wenn Lobbys und Agenda Daran hängen Leider Ich kann euch Einen ganz lustigen Take dazu erzählen Ich habe unter einem Video Unter einem Tweet von Elon Musk Habe ich Oliver Jahr nicht Gefunden Der kam da Mit irgendeinem Paper über Wie schädlich Die Impfung ist Und ich habe Dem gesagt Hey ich habe da Jemanden der mit Dir debattieren will Der dich Widerlegen würde Easy Was denkt ihr Was Oliver Jahr nicht gemacht hat Der hat zugesagt Und dann Als es dann Zur Sache ging Kein Lebenszeichen mehr Ich habe ihm Zig mal geschrieben Unter irgendwelchen Anderen Tweets Von dem Auf einmal Totenstille Also damit Ist dann wohl Alles klar Aber okay Um einen Nährstoff Verwenden zu können Braucht es meistens Viele andere Komponenten Die in der richtigen Kombination Echten Lebensmitteln Wie Obst, Milch, Fleisch Vorkommen Ja hier sehe ich Wieder irgendein Rambling Bei dir Ferus Mag ich das Experiment Vegan Noch verstehen Aber ich Aber ich Ich war zweimal Schwanger Und muss jetzt Zwei Kleinkinder Mit extrem wichtigen Und essentiellen Nährstoffen Versorgen Und das werde ich Bei allem Respekt Nicht mit Industrieller Ernährung Ersatznahrung Machen Ja okay Wir brauchen hier Nicht darauf Weiter eingehen Hier ist alles Einfach Irgendwelche Erfindungen Schon wieder Die Person Hat BOP In jedem Einzelnen Satz Und redet hier Kompletten Unsinn Auch hier Diese Sabine Stell dich einer Debatte Die Debatte wird Nicht gut für dich Ausgehen Weil du natürlich Alles unter den Tisch Fallen lassen Das fütterst du Deinen Kindern Die Leichenteile Und die ganzen Schädlichen Inhaltsstoffe Aber die Vegane Ernährung Da fehlt ein Vitamin Das ist immer Immer wieder Die selbe Nummer Aber der Kommentar Erinnert Erinnert Sondern vor allem Deine Art War in der gleichen Weise Intolerant Es gibt ja sogar YouTube Videos Die darauf reagieren Und deine Argumente Widerlegen Was Aber auch Das kommt bei dir Entweder nicht an Oder wird Abgeblockt Es gibt ein Video Tatsächlich Wenn man mal überlegt Auf was für einer Seite Die Person steht Bitte mal Mir das Video schicken Würde mich mega Interessieren Ich würde sogar Ein Video dazu machen Mir ist keinerlei Kritik bekannt Gegen Feroz Kahn Und Veganismus Also ich habe ja Ein Video dazu gemacht Zu Gabba Gandalf Und Feroz Kahn Darauf habe ich ja schon Reagiert Das Video ist immer noch oben Das werde ich versuchen Zu verlinken Wenn ich es nicht vergesse Und du hast immer noch Kein Argument Ausformuliert Gegen Veganismus Wie zum Beispiel Das Argument Oh Nur weil ein Tier Geschlachtet wird Heißt es nicht Dass es ein qualvollen Und würdelosen Würdeloses Leben führt Gerade Im Gegenteil Aber diesen Kontext lässt du Nicht zu Beziehungsweise Begreifst ihn Greifst ihn nicht auf Kann man sich gerne Mal drüber unterhalten Oh du willst dich Unterhalten Stell dich gerne Eine Debatte Gegen mich Wo du versuchen wirst Das hier zu verteidigen Und ich kann es dir Auch hier schon Widerlegen Lesen wir noch Den letzten Satz Denn hier machst du das Was du am meisten Bei den anderen Anprang hast Darf man Menschen Darf man diese Tiere Die nicht quallos Und nicht würdelos Was du natürlich Komplett erfunden hast Und jeden Tag Für abgeschlachtete Tiere Die qualvoll Und würdelos Leben Bezahlst jeden Tag Geld Das wissen wir alle Weil wir wissen alle Aus hunderten Debatten Die ich gehalten habe Dass jeder Nicht-Veganer Erzählt Er ist gegen Tierqual Die Tiere Leben gut Er kauft nur Bio Das erzählt Jeder Von daher kann man Sehen Dass die Personen Alle einfach lügen Weil ich persönlich Kenne keine einzige Person Die nur Von Bauern Hinterm Hof Kauft Nie ins Restaurant Geht Nie in Fastfood Ketten geht Keine Ausnahmen Macht Nie Tierprodukte Kauft im Supermarkt Kannst du dir nicht Ausdenken Also hier natürlich Diese Lügengeschichte Was immer Alles über die Person Sagt Aber so So fängt So fängt es leider Meistens an Und die Leute Schreiben das natürlich Um sich ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen Deswegen erzählen die Diesen Blödsinn Und ich kann euch Zu 99,99% Garantieren Dass diese Person Qualvolles Kauft Von Qualvoll abgeschlachteten Tieren Die würde losgelebt haben Ja aber das Gegenargument Der Konter dagegen Darf man das mit Menschen Machen Diese Tiere Die so gut leben Darf man die mit Menschen Austauschen Wenn nicht Dann nennt man den Eigenschaftsunterschied Und du wirst In einem Widerspruch laufen Ja hier haben wir Dann den nächsten Kommentar Ich bin nicht vegan Und werde es auch nie sein Das sagt auch alles Über die Menschen aus Also jemand sagt Ich werde es auch nie sein Das heißt Du hast einen Dogmatiker Vor dir Der Also ein Dogmatiker Ist jemand Der hört nicht Auf Argumente Wie kann man Von vorne herein Sagen Ich werde nie vegan Wie kann man das sagen Ja du Du Wie kann man irgendeine Position halten Und sagen Von der werde ich Niemals abrücken Hä What the fuck Jede Position Die ein Mensch hält Die wird bestimmt Durch Argumente Und zwar hast du Argumente Für deine Position Und gegen deine Position Und es gibt immer Diesen Kampf Zwischen diesen Beiden Seiten Und wenn irgendeine Seite gewinnt Zum Beispiel Pro veganismus Dann bist du Ja auf der veganen Seite Und dann Ist man vegan Und lebt vegan Right Und es gibt Es gibt nicht Bei dem gibt es halt Eine Seite Nicht vegan Also ein Dogmatiker Was willst du denn Damit anfangen Also jemand der Nicht auf Argumente Hört Okay Wir brauchen gar nicht Weiterlesen Aber lesen wir Vielleicht nochmal Ein zwei Sätze Ich produziere Selbst Tiere Ach so ja Dann ist so und so Klar natürlich Also der Ja Der wird schon Aus Prinzip Nicht das Richtige Machen Der wird aus Prinzip Weil das Zu seinem Job gehört Und kann deine Meinung trotzdem Verstehen Jedem das Seine Jedem das Seine Auch so ein Spruch Oh mein Gott In Debatten immer herrlich Was dann immer Für ein Widerlegungsfest Stattfindet Also dieses auch Jeder kann essen Was er will Und so Führt immer Zu zwei direkten Widersprüchen Ist immer ganz lustig Ich bin auch dafür Dass zum Beispiel In Schulen Den Kindern mal Ein Schlachtvorgang Gezeigt werden sollte Damit der Respekt Für Lebensmittel Mal wieder zurückkommt Hier redet er Von Respekt Auch wieder Kompletter Kompletter Realitätsverlust Wie die Leute Von Respekt reden Tiere umbringen Man kann sie ja Vorher mit Respekt Behandeln Also bescheuert Kann man gar nicht sein Du behandelst sie So mit Respekt Dass du ihnen die Kehle aufschneiden lässt Dass du die In die Gaskammer Treten lässt So respektierst Du die Tiere Right Alter Heute schmeißt Man Essen ja einfach Nur weg Nur weil es gerade Nicht perfekt schmeckt Oder so Wer das mag Kann und soll gerne Vegan sein Wer damit Leute Überzeugen will Kann das auch gerne tun Einziger Kritikpunkt Veganer im Allgemeinen Ist halt Dass man immer Gerade die schlimmsten Bilder Das weiß ich Vorher schon wieder Also Tiere gut halten Also wieder derselbe Bullshit Schlechtes Gewissen beruhigen Aber ja Wir haben es hier Mit einem Dogmatiker zu tun Von daher Jede Hoffnung verloren Dann der nächste Hier Geh deinen Weg Lieber Feros Doch wenn du In den nächsten Also hier Schreibt 5 Jahre lang Vegetarisch Veganer Also du warst Vegetarisch Und nicht vegan Du kannst die 2 Begriffe Nicht mischen Wenn du Tierprodukte Gegessen hast Dann warst du Nicht vegan Geh deinen Weg Lieber Feros Doch wenn du In den nächsten Jahren Feststellst Da haben wir das übliche Eugen du wirst Sich schlecht fühlen Nach einem Jahr Eugen du wirst Sich schlecht fühlen Nach 3 Jahren Eugen du wirst Sich schlecht fühlen Nach 5 Jahren Und jetzt bin ich 9,5 Jahre vegan Und jetzt sagen die Leute Eugen du wirst Sich schlecht fühlen Nach 10 Jahren Nach 10 Jahren Wird dir endlich Dein Bein abfallen Kennen wir alles Dass du dich fragiler Depressiver Ausgelaugter fühlst Es fängt an Irgendwelche Sachen Zu erfinden Schon wieder Hat der BOP Hat natürlich Null Evidenz dafür Ich habe Studien besprochen In Videos Das Gegen Depression Hilft sich Vegan ernähren Liegt an den Sekundären Pflanzenstoffen Versuch dir einfach Irgendwelche Allgemeinen Dinge Reinzuschmeißen Damit man sich Selbst darin erkennt Bin ich vielleicht Fragil Bin ich vielleicht Depressiv Um auf ihn Reinzufallen So eine typische Taktik Wenn es soweit ist Probier es Aus wieder Tierische Nahrungsmittel Zu essen Und schau einfach Wie du dich fühlst Es geht hier um Moral Es ist völlig egal Wie du dich fühlst Probier wieder Tierische Nahrungsmittel Zu essen Versuch dir diese Position mal In der Debatte Zu verteidigen Darf man Menschen essen Wenn man sich Dann besser fühlt Erzähl mal Es gibt keine Krankheit In Existence Die zeigt Dass man Tierprodukte Essen darf Ergibt ja auch Kein Sinn Wir Thriven on Plants Absolut wunderbar Genauso wie Katzen Katzen Carnivore Thriven on Plants Und der Mensch Als Omnivore Thrived on Plants Von daher Nice story Und hier Sehe ich auch So ganz komische Seiten Also Ganz komische Kommentare So Schon paar mal Jetzt erlebt Die sind einfach Abgeschnitten Und da kann man Auch nirgendwo Hinklicken Hier fehlt Das show more Ding Hier unten Ich weiß nicht Wie ich diesen Kommentar ausklappen Kann Also YouTube ist so Ein bugfest Das ist unglaublich Hier steht eigentlich Ausklappen Hier steht das nicht Ein netter bug YouTube Hier haben wir Zum Beispiel Wenn schon die Ernährung Politisiert wird Ist unsere Gesellschaft Total kaputt Wenn Wenn du So wohnst Dass deine Katze Nicht raus kann Dann ist es Schon eine Form Von Tierquälerei Hier ist schon Wieder BOP Vorliegen Er hat es einfach Erfunden Das ist einfach Sagter Ja normal Laufen die Katzen Draußen rum Und wenn die nicht Draußen rumlaufen Ist das Tierquälerei Ja wie kommst du darauf Hast du Evidenz dafür Dass das Tierquälerei ist Ne Hast du einfach Ausgedacht Wie immer Wenn sie raus darf Hast du nur Beschränkten Einfluss Auf ihre Ernährung Das ist wahr Und sie wird sich Fleisch besorgen Das ist Das hat welche Relevanz Dafür wie man Selber seine Katze ernährt Hallo Feros Seit ich Okay das Video geht schon Viel zu lange Oh mein Gott Ja komisch Wir kommen ja gar nicht Auf die Katzenargumente Leider Ich hab ja gesagt Ich werd Auf die Kommentare eingehen Bei denen es um Veganismus geht Aber Ja ich werd einfach Das Video verlinken Über Katzen Vegan ernähren Da geh ich auf diese ganzen Thematiken Durch die ganzen Logikfehler Die die Leute Dabei begehen Hallo Feros Seit deinem Seit ich deinem Kanal Folge habe ich Soweit ich mich erinnern kann Deiner Meinung Immer zugestimmt Beim Thema Veganismus Bin ich anderer Meinung Erstens Ich hab ein Video Auf YouTube gesehen In dem In dem Die Halterin Eines Hundes Beweisen wollte Dass dieser Veganes Futter Bevorzugt Als in zwei Schüsseln Vegan und nicht Vorgesetzt worden Schürze er sich Erwartungsgemäß Aufs Fleisch Und was ist damit Der präferiert Fleisch Was ist damit Die Vielzahl Aller Tiere Zu denen ich auch Menschen sehe Sind Fleischfresser Okay Das ist eine Diskriptive Aussage Was ist damit Und werden Wenn sie die Wahl Haben zum Fleisch tendieren Genau Und was ist damit Das heißt Du möchtest Deine Katze Mit Zwang Umerziehen Also jede Ernährungsform Die man der Katze Aufzwingt Ist eine Art von Zwang Weil die wird ja Durch dich beeinflusst Und umerziehen Alter Wenn das Das Beste Für die Katze Ist Dann Ist das das Beste Für die Katze Also wo ist das Problem Schon wieder Tut er so Als wäre da Irgendwas Schlechtes Daran Das ist so Stell dir vor Es gibt Stell dir vor Wir Menschen Wir sind dafür Gemacht Menschenfleisch Zu essen Aber die Menschenheit hat sich So entwickelt Dass wir das zum Glück Nicht müssen Dass wir einfach Nur Vitamin B12 Einwerfen Dann kriegen wir auch Alles außer Vitamin B12 Auch aus Pflanzen Wäre es besser Sich so unnatürlich Zu ernähren Oder wäre es besser Menschenschlachthäuser Zu bauen Und schon Ist dein Argument Auch hinüber Schon wieder Der baut hier Irgendeinen intrinsisch Negativen Wert ein Der nicht vorliegt Also erfindet der Genau wie bei den ganzen Katzen Veganernährten Ist Tierquälerei Einfach nur Erfindungen Es liegt immer BOP vor Indem du scheitern wirst Folge ich nun Deiner Argumentation Wir Menschen würden auch Nicht wollen Dass uns jemand isst Bin ich aber auch der Meinung Dass ich nicht Gegen meinen Willen Und offenbar Der Natur Umerzogen werden möchte Das Diesen Satz Verstehe ich jetzt nicht Was hat das eine Mit dem anderen zu tun Kann ich I'm not tracking Mögen theoretische Blutwerte passen Wenn ich mir aber Die meisten Veganer ansehe Bezweifle ich Dass sie gesund sind Und hier haben wir dann Also ein Wissenschaftsleugner Es wäre ja nicht so Als würde es Zig Studien geben Mein Studiendokument Ungefähr 30 Stück Wo vegane Ernährung Verglichen wird Gegen nicht vegane Ernährung Welche Ernährung Schneidet immer am besten ab Ja rate mal Hier unten natürlich Dann mein Studiendokument Verlinkt Und das weiß auch jeder Das ist einfach nur Irgendeine Böswilligkeit Die die Menschen haben Ich weiß nicht woher Das rührt Indoktrinierte Ideologen Oder sowas Sind das Als würde das Irgendjemand nicht wissen Als ich auf Steaks Umgekaut habe Wusste ich Natürlich ist vegane Ernährung Die gesündeste Die Person isst nur Pflanzen Natürlich wird die Die gesündeste von allen Sein Als würde das irgendjemand Nicht wissen Sich so dumm zu stellen Und sehen nicht gesund aus Schon wieder Schon wieder Liegt Burden of Proof vor Hast du Beweise dafür Dass sie nicht gesund sind Sehen nicht gesund aus Was ist damit Darf man Menschen Schlachthäuser bauen Weil nur dann Sehen Menschen gesund aus Wenn die die Menschen essen Was hat das mit Deiner Moral zu tun Wie rechtfertigst du Tiermord Mit dem wie jemand Aussieht Oder was Also Ja wieder Level Null Argumente Der Omnis Absolute Katastrophe Abschließend möchte ich sagen Dass auch ich Ein Verfechter Der Gerechtigkeit bin Genau Und deswegen Schickst du unschuldige Tiere In Schlachthäuser Die nicht reden können Ne So sieht Gerechtigkeit aus Und solange du das Für dich tust Ist das okay Andere dazu zu zwingen Finde ich nicht okay Ja Ich hab deine Argumente widerlegt Ne Und Auch du bist herzlich eingeladen Dich einer Debatte zu stellen Die Debatten werden natürlich Alle aufgezeichnet Und auf YouTube hochgeladen Falls sich jemand Irgendeiner Debatte stellen will Aber was natürlich Niemals passieren wird Und dann Ja vielleicht machen wir noch Einen Kommentar Wir kommen ja echt nicht weiter Das Video ist viel zu lang Ganz ehrlich Mir ist vollkommen egal Wie du dich Und deine Katze ernährst Sehr sehr seltsame Aussage Die ist egal Wie sich jemand ernährt Also Wenn Sich jemand von Menschen ernährt Findest du das egal Also ich würde es nicht egal finden Und ich finde es auch nicht egal Wenn sich jemand von Hunden ernährt Es interessiert mich einfach nicht Üble Sache Dennoch muss ich zugeben Dass ich ebenfalls dachte Dass du jetzt einen Schwenker Nach links gemacht hast Grund dafür war das Ding Zwischen dir und Gabba Du warst da ein wenig sachlich Und mehr fanatisch Du warst da wenig sachlich Und mehr fanatisch Du warst jetzt Da ist der Kommentar Wieder abgeschnitten Ja Veganismus hat nichts Mit links zu tun Veganismus ist komplett Unpolitisch Veganismus ist eine Ausweitung Logische Ausweitung Von Menschenrechten Und an Menschenrechte Glauben Linke Und Rechte auch Von daher hat das mit Politik Nichts zu tun Oh hier haben wir noch ein Ich lese hier das erste Wort Gehen wir noch darauf ein Ethische Argumentation Hin oder her Mein Gott Es geht ganz genau um ethische Argumentation Weil die steht ja über allem Das ist ja das höchste Maß Das ist Menschen Darunter steht alles Zum Beispiel Geschmack Und sowas Bei jedem Menschen Bei dem alles in Ordnung ist Im Oberstübchen Der Mensch war Über zehntausende Von Jahren Fleischfresser Appeal to Tradition Fallacy Der erste logische Fehlschluss dann Und unser Körper Hat sich deshalb Dahingehend entwickelt Dass er Fleisch Und tierische Lebensmittel Benötigt Hier benötigt Die ganzen Veganer Die existieren gar nicht Das sind alles Geister Und schon wieder Hat er Burden of Proof Schon wieder Liegt hier BOP vor Und diesen Burden of Proof Kann er natürlich nicht liefern Also hat sich das auch Einfach nur ausgedacht Der Mensch hat sich entwickelt Also der Mensch Hat die ganze Zeit Fleisch gegessen Und hat sich an Fleisch Auch angepasst Deswegen braucht er Fleisch Nur diesen letzten Teil Deswegen braucht er Fleisch Den erfinden die einfach Den haben er einfach erfunden Der lag irgendwann im Bett Und hat sich das ausgedacht Deswegen siehst du Dass diese Menschen Niemals eine Antwort Auf BOP haben Paradebeispiel Vitamin B12 Ein lebenswichtiges Was hat Vitamin B12 Mit Fleisch zu tun Das wird ja ins Fleisch Reingetan Manche Tiere Haben das auch so Aber es wird ja Den Tieren auch gefüttert Weil die unzureichende B12 Spiegel haben Aber was hat das mit Benötigt zu tun Das ist ja Du tust so So als wäre Vitamin B12 Irgendwas Intrinsisches Das in Tierprodukten Drinnen ist Das ist es nicht Manche Tiere können das Synthetisieren Manche nicht Von daher Kaninchen zum Beispiel Fressen ihren eigenen Kot Um Vitamin B12 Zu kriegen Weil es zu weit unten Im Darm Gebildet wird Und von daher Ist B12 Auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln Drinnen Einigen Aber halt in Viel zu geringen Mengen Deswegen supplementiert Man einfach Vitamin B12 Das hat nichts Mit Fleisch zu tun Per se Das Vitamin B12 Nur weil es in Fleisch Drinnen ist Wenn man Zigaretten B12 reintun Würde Dann würdest du sagen Dass man vielleicht Rauchen muss Dass das natürlich wäre Oder was Also hat man auch Schon immer gemacht Man hat schon immer geraucht Könnte auch jeder Raucher Könnte das Argument bringen Dieselbe Logik Der Argumentation Und hingehen und sagen Rauchen ist richtig Weil das haben wir Schon immer gemacht Seit zehntausenden Von Jahren Und was auch immer Also ich kann mir Vorstellen Dass die Ungar Ungars Da rumgelaufen sind Bunga Bunga Und irgendwelche Pflanzen da geraucht haben Das macht es nicht richtig Deswegen Naturalistischer Fehlschluss Aus dem Was in der Natur ist Folgt keine Richtigkeit Ein lebenswichtiges Vitamin Welches bei veganer Ernährung Schlichtweg unmöglich ist Aufzunehmen Genau Naturalistischer Fehlschluss Nur weil es dort fehlt Heißt es nicht Dass es falsch ist Und man kann Vitamin B12 Supplementieren Darf man Menschen Schlachthäuser bauen Wenn man durch Menschen Vitamin B12 kriegt Wäre da Die Frage Und nein Irgendwelche Laborpillen kommen Dem Bedarf des Körpers Nicht nach Schon wieder Eine erfundene Aussage Die man mit BOP Wieder erlegen kann Hat er sich einfach Wieder ausgedacht Um seine Position Zu festigen Damit Leute Die keine Ahnung haben Auf ihn reinfallen Deswegen seht ihr Bei den ganzen Omnis Diese ganzen erfundenen Kommentare Die da schreiben Erfundene Annahmen Hypothesen Die sie einfach Aufstellen Die natürlich Nicht der Realität Entsprechen Ob man sich so Ernähren will Kann jeder Für sich entscheiden Hier haben wir Die nächsten unsäglichen Blödsinn Jeder darf essen Was er will Darf man Menschen Essen Propagieren sollte man Es jedoch nicht Sollte man es jedoch Nicht Versuch mal Die Gegenposition Zu verteidigen Versuch mal Fleisch essen In einer Debatte Eins zu eins Zu verteidigen Versuch das mal Wir wissen alle Wie das ausgehen wird Wie es immer ausgeht Da es mehr als fragwürdig ist Ungesunde Lebensweisen Für Menschen Zu propagieren Wissenschaftsleugner Vor dem Herrn Hat noch die In seinem Leben Eine Studie gelesen Kann man nichts machen Die schreiben einfach Sinnloses Zeug hin Die haben null Ahnung Von Wissenschaft Können ihre eigene Position nicht verteidigen Und so geht es hier Immer weiter Also tausende Von Kommentaren Also ja Leider waren In den letzten Kommentaren Sehr sehr wenig Katzenkommentare dabei Als ich das angeguckt habe Waren da Ohne Ende Katzenkommentare Leider Aber naja Soviel dazu Dass meine Reaktion Zum Video von Feroz Khan Und der Kritik Gegen ihn Die Mehr als schwach Ausfällt Level 0 Und natürlich auch Die Kritik Die er hier gezeigt hat Von diesen zwei Leuten da Die hier Diese zwei Holger und Irgendjemand anderes Vielleicht war das Dieser Chris Anger Oder sowas Der versucht Mit Protein Tiermord Zu rechtfertigen Das war was Ähm ja Das ist schon Das ist schon Hart erbärmlich Ja Wenn es Wenn es halt Argumentativ weiter Nicht reicht Als Protein Darf man Menschenschlachthäuser Bauen für Protein Damit würde man Ihn dann Easy peasy Widerlegen Ähm Genau Und dann hat er Hat er hier auch Irgendwo das Heuchlerbild Gezeigt Wo der zeigt Dass die Fleischesser Ein Blutbad Anrichten An unschuldigen Tieren Sich aber Beschweren Über Katzen Die vegan Ernährt werden Einziges Heuchlerfest Naja Kann man leider Nix machen Man kann nur Die Leute widerlegen Was ich mir Hier gewünscht hätte Bei Feroz Ist dass er Mehr auf Logik Eingeht Dass er Mit Logik Belegt Dass man Katzen Vegan ernähren Muss Das hätte Den Wind aus den Flügeln Genommen Das ist einfach Aus Logik Folgt Weil du Nicht rechtfertigen Kannst Dass man Tiere Kauft Für Katzen Darf man Menschen Kaufen Für Katzen Wäre der Punkt Aber okay Soviel dazu Leute Ich werde euch Das Video Unten verlinken Fand ich Wirklich mega gut Wie der hier Die Kritiker Systematisch Auseinandergenommen Hat Einfach nur Wundervoll Von daher Leute Vielen Dank Fürs Zuschauen Und kommt Gerne auf den Server Wer debattieren Möchte Ich weiß Es gab Einmal Eine Person Die hatte Auch so eine Deutschland Flagge Als Hintergrund Die ist auf den Server gekommen Ich glaube die kam Von Feroz Kahn Feroz Kahn Zuschauer Und der ist Auf die Stage Zu Rafaela Gegangen Wurde dann Natürlich Komplett Annihiliert Und er hat es Aber nicht Verstanden Also der hat Seine Fehler Seine Logik Fehler Nicht zugegeben Der hat die ganze Zeit Gerambelt Abgelenkt Derailed Die ganzen Red Herrings Gebracht Und ja Kann man nichts Machen Also ich glaube Auch nicht Dass ich glaube Von allen Menschen Die sagen Katzen Vegan Ernähren Ist Tierquälerei Wirst du 99 Niemals Überzeugen können Weil das einfach Komplette Dogmatiker Sind Die haben Null Interesse An Argumenten Die sind einfach Nur Dogmatiker Nein Darf man nicht ernähren Und ich höre mir Auch keine Argumente An Mir ist egal Was du sagst Naja Mit solchen Menschen kann man Nichts anfangen Das sind einfach Nur schlechte Menschen Und kann man Nichts machen Am allermeisten Haben wir solche Menschen Was das Thema Religion angeht Da ist Dogmatismus Glaube ich Am allerstärksten Verbreitet Von daher Leute Vielen Dank Fürs Zuschauen Und Gib mir einen Daumen Hoch Und schreibt Einen Kommentar Und wir sehen uns Im nächsten Video Peace